Ok, heute werden wir die Katze aus dem Baum retten. Dazu drücken wir wieder STRG-U oder beziehungsweise ist nicht für beide Fahrzeuge jede Mission zugänglich. Hier sind Leiter mit dabei, darum kann man hier zum Beispiel mit diesem Fazit nur, bekommt man dann nur diese Mission Katze aus dem Baum retten oder beziehungsweise Baum von Straße entfernen. Man kann auch diese Mission abbrechen. Jetzt haben wir diese Katze auf dem Baum Mission. Also es gibt einen Notfall, wir haben eine Meldung einer besorgten Bürgerin über eine Katze auf einem Baum erhalten. Wir markieren dir den Einsatzwert. So. Jetzt schauen wir auf der Karte wieder, wo der Einsatzwert ist. Gleich in der Nähe zurück oder beim Kreisverkehr quasi. Dann zurückfahren und beim Kreisverkehr rechts. Jetzt sehen wir auch schon wieder diese Markierung, die uns dann quasi auch zum Ziel leiten kann. Oder wenn wir dann in der Nähe sind, dass man das Ziel schnell findet. Jetzt müssen wir schauen, wo wir uns da hinstellen müssen. Reicht das aus, wenn wir hier sind? Oder müssen wir da wahrscheinlich vorne beim Haus hinfahren? Ob. Bekehrschritt umgefahren. Genau, dann steigen wir aus. Das heißt schon, platziere die Leiter. Vielleicht müssen wir noch ausklappen. Na gut, ist auch wieder unter der Motorsäge. Also unter dem Handtool-Menü. Dann platzieren wir die Leiter und dann kann man nicht hoch, weil der Baum in den Haus steht, okay? Ja, dann brechen wir den Einsatz einfach schnell nochmal ab. Dann suchen wir uns einen neuen Baum. Brenner Palettenstapel, den hat man schon. Ölspur. Nochmal Ölspur. Brenner Palettenstapel. Ölspur. Umfall mit Fahrzeug. Umgefallener Baum. Ölgemeldet. Feldbrand. Nochmal Feldbrand. Hat sie auf Baum. So. Suchen wir uns noch um die Markierung. Die ist hier quasi, okay. Fangen wir davor. Und sowas auf einer Karte von Giant selbst. Ein Baum, der wohl im Haus ist. Da sind wir wieder die Markierung. Schauen wir mal, wie wir da hinfallen müssen. So, ich habe jetzt noch kurz schnell den Screenshot gemacht. Jetzt gehen wir da weiter hoch. Und jetzt können wir die Katze retten. Und jetzt können wir die Katze retten. Einsatz abgeschlossen. Die Besitzer werden dafür immer dankbar sein. Dann können wir die Leiter wieder wegräumen. Nein. Wir müssen jetzt quasi wieder diesen Einsatz mit der Steuerung U beenden. So, fahren wir mal auf die Seite. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Trotz dieser Bäume, die wohl die ersten zwei Bäume im Haus gespawnt sind. Könnt ihr ein Like da lassen. Und ihr könnt den Kanal abonnieren. Und wir hören uns dann im nächsten Video.